Spielcasinos, Casino-Betreiber sind ja immer profitabel. Am Ende des Tages sind die profitabel, obwohl es ja ein Glücksspiel ist. Widerspricht sich ja im Grunde. Tut es aber nicht. Weil die Spielcasinos bei jedem Spiel einen kleinen statistischen Vorteil haben. Nehmen wir Roulette beispielsweise. Da gibt es diese Zahl 0. Und diese Zahl 0 verschiebt die Gewinnwahrscheinlichkeit zugunsten der Spielbank um weniger Prozentpunkte. Also wenn ich bei Roulette auf schwarz oder rot setze, ist für mich die Chance eben nicht 50-50, ob ich gewinne oder verliere. Sie ist 48,5 zu 51,5 Prozent. Und meiner Meinung nach ist es wichtig, dieses Verhalten der Spielbank zu übernehmen im Trading. Zu wissen, ich mache permanent Verluste mit Trades, mit einzelnen Trades. Das ist aber nicht wichtig. Solange ich am Ende des Tages, der Woche oder der Tradingperiode, die ich nehme, mehr Gewinne als Verlierer habe, geht meine Strategie ja auf. Und das ist einfach so der Punkt zu verstehen. Es kommt nicht auf den einzelnen Trade an. Ich darf mich damit nicht identifizieren und den Verlust nicht persönlich nehmen, weil das ist nicht relevant. Es kommt auf die Summe aller Trades am Ende des Tages an. Wenn ich Scalper bin und 100 Trades am Tag mache, dann ist es mir völlig egal, ob der erste Trading gewinnt oder Verlust wird, ob der zweite gewinnt oder Verlust wird. Ich werde immer wieder Gewinnserien haben, ich werde immer wieder Verlustserien haben. Das ist reine Finanzmathematik. Das kann ich mir ausrechnen, wie oft ich welche Gewinnserien und welche Verlustserien habe. Das kann ich ja alles ausrechnen. Wichtig ist, dass ich am Ende des Tages über die 100 Trades, die ich mache, profitabel bin. Und alleine das zählt. Es zählt nicht der einzelne Trade. Im Verlustfall, wir gehen ins Risiko rein, wenn wir im Verlust sind. Das heißt, wir erhöhen die Position. Wir wollen den kleinen Verlust nicht realisieren, weil das schmerzt ja. Das tut ja weh. Das ist auch für unser Ego schwer zu verkraften, weil ich war davon überzeugt, dass ich eine gute Entscheidung getroffen habe, dass es ein guter Trade ist. Der stellt sich heraus, ist es offensichtlich doch nicht. Und sich das einzubestehen, zu sagen, okay, ich mache regelmäßige Verluste im Trading, das gehört dazu. Nee, was ich von Natur aus instinktiv mache, ich lasse den Verlust laufen und lebe von der Hoffnung, dass ich der Kurs hier wieder drehen könnte und dass ich vielleicht wieder auf den Einstand und den Gewinn zurückkomme. Verluste so schnell wie möglich realisieren. Augen zu und durch realisieren. Der Verlust eines einzelnen Trades ist nicht relevant für den Erfolg meiner Strategie. Es ist nicht relevant, was der einzelne Trade bringt. Und es ist sehr viel wichtiger, Verluste schnell zu realisieren. Da kommt natürlich ein psychologischer Moment mit rein, weil Verlust ist etwas, was für die menschliche und psychische schwer zu verdauen ist. Verluste im Trading, also finanzielle Verluste, werden im gleichen Gehirnareal abgebildet wie physischer und psychischer Schmerz. Also der Schmerz durch Geldverlust wird in der Insularregion im Gehirn abgebildet, wo auch physischer, körperlicher Schmerz abgebildet und verarbeitet wird. Und da gehen natürlich alle Alarmblocken an. Und was die Psyche dann will, ist weg von, weg von Schmerz. Das heißt, wenn ich eine Aktie bei 100 gekauft habe und die geht erst auf 90 und bei 90 ist mein Stop-Loss, dann ist die Neigung sehr groß, den Stop-Loss rauszunehmen oder zu verschieben. Weil man diesen Verlust nicht realisieren will, weil das bedeutet ja Schmerz. Ich nehme den dann auf 70 runter. Oder ich habe dann noch diesen Kampfinstinkt, dann kommt dieser Kampffluchtmechanismus mit rein. Ich will um mein Recht kämpfen, für meine Überzeugung kämpfen. Was mache ich? Ich gehe ins Risiko rein und vergrößere meine Position. Das ist dann diese Martingale-Strategie. Wenn ich Glück habe, dreht die Position und ich komme mit einem blauen Auge davon. Das mag auch einige Male funktionieren. Aber wenn ich Pech habe und das wird irgendwann zwangsläufig passieren, ist mein Trading-Konto platt. Und jeder kennt diese Statistik. Wenn ich mit einem Trade 10% von meinem Trading-Kapital vernichte, brauche ich hinter 11% Performance, um wieder auf meinen Einstand zu kommen. Wenn ich aber mit einer Verlustserie und mit einer zu großen Position beispielsweise, weil ich diese Strategie des Verbilligens angewendet habe, auf einmal 50% von meinem Depot crashe, brauche ich mit dem reduzierten Kapital, das übrig bleibt. 100% Performance, um wieder auf meinen ursprünglichen Einstand zurückzukommen. Ja und schaff das mal in dem emotionalen Zustand, in dem du da bist, wenn du gerade dein halbes Konto geplättet hast und verloren hast. Das Geld ist ja unwiderruflich weg. Mach da mal 100% Performance. Das heißt, du musst ja danach noch sehr viel stärker ins Risiko reingehen, in den psychologisch äußerst stabilen Zustand, in dem du da bist. Und das ist der Grund, warum die meisten scheitern. Deswegen ist Trading immer so ein Spiel zu überleben. Diesen Risk of Ruin zu vermeiden und einfach zu überleben. Überleben tue ich dadurch, dass ich Verluste ligaros begrenze und Gewinner laufen lasse. Und dieses Spiel, wenn ich das verstanden habe, dass es darum geht zu überleben und die Verluste zu begrenzen, die Gewinne kommen automatisch. Profitabel werde ich denn irgendwann von selbst, wenn ich die Verluste frühzeitig begrenze und die Gewinne lerne, auch mal stärker laufen zu lassen oder auch mal in Gewinne rein zu skalieren. Und neurowissenschaftlich, das ist halt diese Neurofinance-Forschung, lässt sich das auch wunderbar erklären. Es liegt schlicht und ergreifend daran, dass eine Entscheidungssituation in zwei unterschiedlichen Gehirnarealen abgebildet wird und in unterschiedliche Intensität und Stärke. Das heißt, im Gewinnfall wird das limbische Belohnungssystem aktiviert. Dopamine werden freigesetzt, also dieses Freudenhormon, was mich dann dazu bringt, Mensch, ich will den Gewinn jetzt auch haben. Ich will den jetzt realisieren. Ich liege jetzt 20 Prozent vorne und an Gewinn mit Namen ist ja noch keiner gestorben. Ich nehme die Gewinne mit und nehme die raus. Während Verluste auf der anderen Seite in einem anderen Gehirnareal abgebildet werden, nämlich dieses limbische Ervasionszentrum. Das ist die Insularregion, die aktiviert wird. Und da kommt diese weg von Motivation. Ich will diesen Schmerz der Verlustrealisierung nicht erleiden. Ich gehe nicht aus der Position raus. Ich halte so noch ein bisschen, noch ein bisschen länger. Oder ich kaufe noch mal nach, dann reduziere ich meinen durchschnittlichen Einstand und komme dann wieder schneller in den Gewinn anschließend rein, kaufe dann noch mal nach. Den Stop-Loss nehme ich mal ganz raus. In der werde ich noch versehentlich ausgestoppt. Und irgendwann sitze ich da auf einmal mit einem 50, 60, 70, 80 Prozent Verlust in meiner Position. Und dann wird es schmerzer. Und das ist der Moment, wo dann über die Nebennierenrinde das Panikhormon Cortisol ausgeschüttet wird und ich in Panik verfalle, den Tunnelblick habe und nur daraus komme. Das ist der Moment, wenn die Märkte crashen, wenn die privaten Anleger in Panik verfallen und alle gleichzeitig zum Ausgang rennen und nur noch raus wollen, weil sie dieses Gefühl der Erleichterung verspüren wollen, wenn sie aus dem Markt raus sind, wenn dieser Druck, dieser Schmerz, diese Spannung mal endlich nachwässt. Dann kommt dadurch die große Ernüchterung, der große Schock, dass sie ihr ganzes Geld verloren haben und nur noch einen kleinen Teil übrig haben. Und das ist so die typische Reaktionsweise. Das macht einfach keinen Sinn. Deswegen das Wichtigste ist, Verluste frühzeitig begrenzen. Es geht darum, an der Börse zu überleben, im Trading zu überleben und Gewinne tendenziell eher laufen zu lassen und sich vorher auch Gedanken machen, wo ist mein Take-Profit, wo ist mein Gewinnziel. Das heißt, wenn ich die Aktie bei 100 kaufe, um bei dem Leichtbeispiel zu bleiben, da gucke ich mal einfach die technische Situation an und sage, okay, in einem derzeitigen Trendkanal ist Luft bis, weiß ich nicht, bis 150, dann setze ich mein Gewinnziel bei 150 oder knapp runter. Ich schneide mir ein Stück aus der Bewegung raus und das ist mein Trading-Profit. Und das nehme ich dann mit, selbst wenn die Aktie dann vielleicht noch ein Stück weiterläuft. Aber ich habe mir einen guten Gewinn rausgeschnitten. Am Ende des Tages ist es gar nicht so wichtig, weil du das Beispiel nannest, wenn ich eine Strategie habe, die mir eine 70-prozentige Trefferquote bringt. Das ist natürlich toll, wenn es das gäbe. Ich kenne kaum eine Strategie, die die 70-prozentige Trefferquote auf Dauer liefert. Das brauche ich es auch nicht. Es reicht dir schon, wenn du eine Strategie hast, die die 40- bis 50-prozentige Trefferquote bietet. Wenn du über ein CAV, also ein Chance-Risiko-Verhältnis, beispielsweise von 2 zu 1 hast, dann bist du mit dieser Strategie profitabel. Das heißt, die Gewinne müssen immer doppelt so groß sein wie die Verluste. Und wenn du das über den entsprechenden Zeitraum einhältst und eine backgetestete, erfolgsabprobte Handelsstrategie hast, die wirklich regelkonform immer wieder umsetzt, wie das Spielcasino, dann wirst du am Ende des Tages profitabel sein und Geld verdienen im Trading. Und das ist im Grunde der Trick oder das Erfolgsgeheimnis. Und die Psyche, die muss es lernen, und da gilt es einfach zu üben und zu trainieren, die Verluste, die zu diesem Geschäft dazugehören. Das ist ein originärer Bestandteil des Trading-Geschäfts. Verluste gehören dazu. Man kann es als Versicherungsprämie sehen. Dass ich es wirklich verinnerliche und akzeptieren kann, nicht nur im Verstand hier oben im Oberstürbchen, sondern dass ich wirklich in meinem tiefsten Inneren akzeptieren kann, dass Verluste zum Trading-Geschäft dazugehören. Und zwar regelmäßige Verluste. Und dass es entscheidend ist, dass ich diese Verluste eng begrenze und die Gewinne laufen lassen. Das ist natürlich auch kein Verluste. Und zwar als Versicherungsprämie. Hört sich die Verluste wieder. Und zwar wie Geistet derradition, mit der Verluste, Süßensehrung, Insofern macht ein Clem. Und zwar ist das Verluste, und zwar eine Begriffe. Und zwar auch die Verluste.